Mein Name ist Lenz, Christopher Lenz. Ich mache öffentliches Recht. Zum öffentlichen Recht gehören drei Dinge. Verwaltungsrecht, Verfassungsrecht und Europarecht. Der wichtigste Tipp für den Berufsanstieg ist, ruhig. Ganz ruhig bleiben. Sie können das alles. Sie haben zwar hervorragende Examinar gemacht, vielleicht haben Sie auch promoviert. Haben Sie keine Angst davor, diese theoretischen Kenntnisse auch praktisch anzuwenden. Natürlich wird das nicht beim ersten Mal alles perfekt klappen. Dafür sind wir da, wir helfen Ihnen, wir bringen Ihnen das bei. Sie werden das in kurzer Zeit können. Treffen Sie zu Beginn Ihrer Berufstätigkeit die richtige Entscheidung. Kommen Sie zu uns, kommen Sie zu OpenLänder.